Guten Morgen! Ey, war da heute nicht schon Mut? Gut. Jetzt müssen wir noch zu einer Häuschen bauen. Holz, naja, haben wir nicht richtig viel. Warte mal so ein, holen wir uns noch etwas. Die Holzsäcke manchmal mitnehmen. Ich nehme es einfach mal so mit. So. Kisten, na, brauche ich nicht groß. Obwohl doch Kisten, brauche ich auch, ich Idiot. Das nehme ich einfach mal mit jetzt. Weil ich habe ja noch Kisten drin, warum soll man so neue machen? So, jetzt hoch. Hoffentlich habe ich schon jetzt kein Creeper, weil ich habe immer noch kein Schwert gebastelt. Ich voll professioneller Spieler. Naja, passiert halt. Boah, langsam schlafen meine Arme auch ein. Ich spiele jetzt schon eine Stunde 45 und ich habe saumäßigen Durst. Ich habe mir kein zu trinken hergestellt. Ich voll Idiot. Aber gut, das muss jetzt noch durchstehen. Jetzt muss ich mir noch kurz überlegen. Ich ziehe erstmal die Grundmauer. Das soll wirklich kein großes Haus werden. So muss es aber schon passen. Ja doch, es macht schon Spaß, wenn man sich mit Facecam arbeiten kann. Okay, nächstes Etage drauf. Oder drauf, man soll es immer schön hochdeutsch sagen. Ach, scheiß, komm mal nicht mal. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, soll ich dir alles in Anspruch nehmen? Das sieht doch besser aus. Und irgendwann, weil ich so sieht es ein bisschen seltsam aus. Das geht so nicht. Ne, man hat doch schon das ganze Feld. Du scheiß Bummel. Nur deswegen kann ich den Holzblock nicht setzen. Das letztlich mal, falls ich da runterfliege. Ach, und hier war es auch noch nicht richtig. Dann müssen wir es nochmal weghauen, alles. Naja, das passiert nun mal. Aber ich habe das auch noch nicht vorher geprobt. Und geprüft, ob das so okay ist. Ne, habe ich noch nie gemacht. Deswegen, das habe ich gerade so, mir so einfallen lassen. Und deswegen, wird mir gespürt sein. Wenn es dann nicht gleich auf dem ersten Anhieb funktioniert. Okay, ähm, auf jeden Fall noch ein höher. Jetzt haben wir geholt mehr. Dann machen wir mal gucken. So, okay, das reicht jetzt mal. Okay. Cool. Jetzt muss... Haben wir noch eine Schaufel? Ja, die Schaufel ist da. Jetzt müssen wir noch den Boden rausreißen. Und da noch schnell ein Holz reinhauen. Oh, zieh. Jetzt ist die Schaufel kaputt. Da müssen wir jetzt mal so weiterarbeiten. Tja. Ist nun mal so. Geht das natürlich nicht so schnell, aber gut, ich nehme jetzt. Müssen wir jetzt einfach mal mitleben. So, da haben wir es jetzt auch gleich geschafft. Jetzt haben wir den letzten jetzt noch. Gut. Haben wir uns jetzt wieder Holz rein hier. So, bis hinter. Wow. Wow, ich finde auch die Musik irgendwie so schön. Kann man echt nicht mehr gerne. Also die Playlist ist zwar jetzt nicht sehr groß, aber verinhaltet doch eigentlich relativ schöne Lieder. Ich weiß nicht, soll ich die Playlist mal erneuern? Also nicht ganz erneuern. Die alten Lieder bleiben natürlich. Aber mal ein bisschen erweitern. Eissig, nee. Was meinten ihr? Soll ich das mal machen? Weil langsam doch wiederholen sich dann doch schon die... Ein paar muss ich mir übrig lassen. Weil langsam wiederholen sich dann doch schon die Lieder. Oh, ich bin so ein Bauprofi. Oh, sag mal. Alter. Okay. Gut. Naja, es ist suboptimal. Müssen wir hier auch noch zuziehen. Nee, da muss ich jetzt doch alles Holz verbraten. Da muss ich dann doch nochmal zurücklaufen. So, hier, 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 hier. Wo ist die Holztüre? Hier, Marcel. Wunderbar. Was braucht man jetzt eigentlich noch? Wir brauchen jetzt mal ein paar Fenster hier drin, weil das ein bisschen aussieht wie ein Klotz. Sag mal, ist es... Es ist doch wieder nicht so metrisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Natürlich ist es sexy. Aber was, aber... Aber... Es ist... Es ist... Also mein symmetrischen Scheiß gebaut ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Äh, das kann man ja anders sagen. Ich brauche jetzt eine neue Häusdüre. Ach. Und, ähm... Ja, soll ich jetzt genau... Neue Häusdüre. Dann brauchen wir noch... Na, soll ich noch sagen. Fenster. Genau. Glas brauchen wir noch. Ja, und dann würde ich auch gar nicht mal die Aufnahme beenden. Weil so, äh... Ich weiß nicht, mit den Chunks. Es ist seltsam. Ich wäre ja gar nicht mal da hinten jetzt gewesen. Aber, naja, da hat irgendwie auch so viel wieder was dagegen gehabt. Na, also unseres. Also, hier können wir nicht alles nehmen. Und... Ja, Glas brauchen wir. Ja, 5 aufs Reicht. Was wollte ich jetzt noch holen? Ich vergesse es. Ich hab's vergessen. Äh, ja. Ne, ja, das passt. Was man machen könnte. Passt mal auf. Ich weiß nicht, wir haben ja, glaube ich, noch ein paar. Genau, da haben wir ja noch ein paar. Das ist gut. Hä? Guck mal, da ist irgendwie Wolle. Na ja, gut. Ähm. Da müssen wir so mal eine Schere basteln. Ich schnippel die schnapp. Finger war ab. Und dann müssen wir mal ein paar Schere scheren. Weil ich würde ja gerne auch mal ein Bettreiz machen. Würden gerne wollen. Da vorne ist ein Schaf. Ich hoffe mal, das hat schon drei Wolle. Ja, du bist ganz gut. Ach so, Entschuldigung. Ah. Geh mal bitte Ruhe. Ach, und soll jemand in den Tars oder voll oder was? Na, das scheiß Spinnerauge. Drei Wolle, wunderbar. Auf Anhieb geklappt. Gut. Du hast schnell ein Bett. Wo ist jetzt die Wolle? Genau, da. So, schönes Bettchen. Boah, wisst du was? Wir machen das jetzt mal ganz gewitzt. Schlafen wir jetzt mal notdürftig hier. Ich nehme das Bett gleich wieder mit. Einmal, wenn wir jetzt erst wieder hochrennen. Ist auch dann blöd. Äh, so hier. Die Maus ist Sache. Maus. Das ist echt eine Maus. Ah, eine Maus. Naja, so witzig war es jetzt nicht. Passt überhaupt nicht zur Musik. Aber schnell. Uh. Und wieder schön mit dem Schatten springen. Juhu. Tja, da muss man irgendwann auch mal wieder ein Dach drauf machen. Das kommt alles noch. Ach, die Tür habe ich vergessen zu bauen. Naja, egal. Hey. Äh. Genau. Brauchen wir jetzt auf der anderen Seite überhaupt was? Schau es einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt aussieht, weil es unsymmetrisch ist. Nö, geht eigentlich nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber gut, da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen. So, so. Smacken. So. Ach. Warg. Okay. Hier noch. Ich sag dir, du bleibst draußen. Okay, gut, wir brauchen hier mal irgendwo, okay. Ach, genau. Das Bett wollte ich rein machen. Das Bett können wir hier rein tun. So kommen die Kisten. Ähm. So, so. Und so, so. Und so, so. Sieht so nicht schlecht aus. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal hier. Noch ein Crafting Table machen, also noch nicht schnell meine Werkbank hinsetzen. Jetzt mal hier jetzt hin. Und da würde ich gerne mal meine Tür basteln. Wohl, oder? Nö. Machen wir uns mal ein Zauntor. Das machen wir mal. Perfekt-Poto. Ja, das passt schon so. Äh, ja. Ähm. Dach muss noch drüber. Es muss noch einiges passieren hier. Genauso wie Fackeln, die noch hin müssen. Ähm. Na, wo tut man das am besten hin? Hier und hier. Oh, das Licht ist viel zu grell jetzt. Boah. Ja, das ist schon okay so. Das kann man hier machen. Okay. Das passt jetzt schon so. So, äh, gegenüber, gegenüber. So, Leute. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal von mir der Kommentatornmine. Boah. Jetzt kann ich auch nicht mehr. Äh, zwei Stunden aufgenommen, reicht jetzt auch mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Trau ist schon jetzt immer noch. Zumindest hat es das Gewitter aufgehört. Also, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Boah. Und, ähm, bis dahin. Und, ähm, bis dahin. Tschüssi Kowski. Tschüss. Amen.